Hopp oder Top heißt es momentan beim SV Heimstätten. 0 zu 4 in Schweinfurt, 4 zu 0 gegen Aschaffenburg, 0 zu 4 in Buchbach. Nach dem Gesetz der Serie wäre heute wieder der im gewohnten Rot gekleidete SVH dran mit einem klaren Heimsieg gegen den TSV Rhein am Lech. Die Gäste müssen momentan der hohen Belastung der letzten Wochen ordentlich Tribut zollen, die Euphorie nach dem ersten Saisonsieg daher schnell wieder verflogen. Allerdings konnten die Hausherren vor den rund 200 Zuschauern im Sportpark, darunter auch BFV-Präsident Dr. Rainer Koch, die tiefstehende Defensive des Tabellennetzten zunächst nur durch Standards in Gefahr bringen. Lukas Ryglewski, der seit seinem Dreierpack am ersten Spieltag auf Saisontor Nummer 4 wartet, hatte sein Visier jedoch noch nicht richtig eingestellt. Rhein wollte sich aber nicht kampflos geschlagen geben und bekam dann nach nicht ganz einer halben Stunde die Gelegenheit zur Führung. Valentin Micheli da im Zweikampf mit Lukas Gerlspeck zu ungestüm und den fälligen Elfer verwandelt Marko Kosic sicher zum 1 zu 0 nach 28 Minuten. Die Heimelf ließ sich davon aber nicht beeindrucken und vor allem einer hatte nun endlich genug von der torlosen Zeit. Ryglewski wackelt in der 37. Minute seinen Gegenspiel aus und trifft dann mit dem schwachen rechten Fuß und etwas Glück zum 1 zu 1. Die Erleichterung über das Ende seiner persönlichen Durststrecke dem 27-Jährigen sichtlich anzumerken. Überhaupt der SVH mit dem Ausgleich wie aufgedreht. Bei den Gästen ging dagegen irgendwie der Glaube an ein mögliches Erfolgserlebnis verloren. Nach Wiederanpfiff zeichnete sich dann der im Vorfeld von SV-Coach Christoph Schmidt geforderte Pflichtdreier immer mehr ab. Die SV-Schlussmann Kevin Schmidt wehrte sich zwar im Verbund mit dem Pfosten mit aller Kraft gegen die heimische Sturmwelle, doch in der 58. Minute war er dann machtlos. Ryglewski inszeniert den nächsten Angriff. Enza Skrieli steckt durch für Moritz Hannemann und der mogelt die Kugel irgendwie über die Linie zum 2 zu 1. Der Favorit dreht also das Spiel und fährt den Sieg dann ungefährdet nach Hause. Nach einem mustergültigen Konter über links muss Emre Tunsch in der Mitte nur noch den Schlappen hinhalten. Mit dem 3 zu 1 in der 81. Minute war die Rainer Gegenwehr endgültig gebrochen. Mit den ersten 40 Minuten war ich sehr zufrieden. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, auch gut umgesetzt, indem wir taktisch gut gestanden sind. Ich denke, der Knackpunkt war unter anderem das 1-1 vor der Pause. Nach der Pause haben wir leider zu viele individuelle Fehler gemacht, aber die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben. Und es war einfach leider nicht mehr drinnen. Ich denke, dass wir von der ersten Minute an ein sehr ordentliches Spiel absolviert haben. Dass wir uns in der ersten Halbzeit noch ein Stück weit schwer getan haben, uns Torschossen rauszuspielen. Wir sind dann, denke ich, schon auch unverdient in Rückstand geraten durch einen V-Lefmeter. Wir haben aber dann prompt auch reagiert und das 1 zu 1 erzielt. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit sind wir dann letztendlich auch zu Torschossen gekommen. Wir haben die dann letztendlich auch verwandelt und gehen, denke ich, auch als verdienter Sieger vom Platz. Während Rhein nun erstmal froh ist über eine kleine Verschnaufpause, in der Liga geht es erst am 11. September in Eichstätt weiter, ist Heimstetten mit diesem Sieg in der Tabelle erstmal aus dem Gröbsten raus. Vorausgesetzt, dass sich Sieg und Niederlage nicht schon am Samstag gegen das nächste Kellerkind Kräuter für zwei wieder abwechseln.